Ja, ist ja krass, was die für Pokémon mittlerweile hier alle haben, ne? Weil die jetzt hat ja auch Pokémon traden können, die es gar nicht in den Editionen gibt. Okay, wir starten schon. Das ist auch ein Ledgey, was er hat aus einer anderen Edition. Soweit ich das weiß. Schade, kein Shiny. C-Krom ist, äh, Ledgey aus einer anderen Edition. Kampus. 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 Zeit für Pumper! Die Nerke geht jetzt auch. Das geht jetzt auch ordentlich aus. Jetzt hoffen wir, dass... Natürlich geht auch meinen Tillion. Wow! War das meins? Oder war das seins? Ich weiß es nicht. So, der Schildbreaker. Okay, es wird jetzt aber gleich vorbei sein. Egal welches von beiden das war. Das war meins, übrigens. Ja. Und bald haben wir noch eine Getrockung drauf. Müß das so oder so tot sein. Wollen wir jetzt erst ja auch nochmal, dass andere Brandes verrunden können. Das wird schon geeignet sein. Sehr gut. Sehr gut. Probieren wir noch mal. Hätte wir auch nicht wieder beiprobieren können. Ich habe echt schon eine Glura gemacht. Ja. 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 Nein. Ja. Scheiße. Das muss da auch noch was sein. Hier ist nur keins. Ist ja ärgerlich. Ja, aber da ist eins. Noch zwei. Da stampft hier einfach ein Meere rum. Da sind die Däne drin. Hm. So. Warte mal, wo ist eigentlich... Mensch, verdammt. Wo ist eigentlich Reflexien gekommen? Ist das auch ein Team drin? Ja, ist auch ein Team drin. Das muss ich auf jeden Fall noch machen. Und noch ein Scheinux. Wow. Wasch da los. Äh, da... Ui, das ist fast überall sensationell. Und jetzt das hier. Nur sehr gut. Achso. Ich hab das mal. Beutel. Da. Ich hab ihn wieder voll heilen. ein kleines täuschlein hier mit einschieben alter schwede hat mich das gerade erschrocken blöde türen ja richtig alles gut alles ist gut richtig hart erschrocken wahrscheinlich ne ja das dachte ich mir schon so wo sind die letzten beiden digglein hier hmm Hmm... Okay, warte mal. Ich werde jetzt mal nur kurz... Damit das nicht mehr so ruckelt. Der Tür wird nur kurz ausmachen. Ja, es wird doch immer kleine Mikrorockler gibt, wenn die Leute nachladen. Hä? Ja, verdrückt euch mal bitte. Irgendwo müssen hier noch zwei Dikter rumlaufen. Oder auch nicht rumlaufen, sondern sich verstecken. Frage, die ich mir nur stelle, ist, wo? Nicht. Vielleicht. Was für ein Guckmann ist hier bitte gerade in der Nähe gespawnt. Wieso kommen denn hier immer noch Leute ran? Ich habe doch die Internetverwendung gekappt. Ah... Das ist hier hinten wahr. Das ist viel zu viel Grünzeug. Das ist echt schwierig, das hier zu finden. Was ich hier doch wirklich hinter jedem Grünzeug gedönst, hier verstecken kann. Ist ja auch keine gelben Haarstummel oder sowas. Das ist schon wieder die nächste Höhle hier. Das ist schon wieder die nächste Höhle hier. Ich weiß nicht, ob ich mit denen oder sowas gespawnt ist. Das kann doch nie wahr sein. Da war es nur noch eins, oder? Nein, es ist noch hier irgendwo. Äh... Ist da nochmal den Strand lang? Mal gucken, ob es doch hier irgendwo noch rumlungert. Hm... Im Strandbereich ist da aber auch wirklich gar nichts. Da! Ach, gefunden. Sehr gut. Dann können wir ja weiter mit dem Rad fahren hier. Äh... Ich muss ja jetzt mit Dingelsbombens hier ein paar Point of Interests angucken. Hm... Hm... Ich weiß nicht, ob ich da noch raus kann. Ja, zeig mal, was hast du denn noch von Pokémon gesehen? Panzer-Aeron? Wie, okay. Krass, also Panzer-Aeron ist schon heftig. Trichtboot. Da habe ich auch noch keine Dikker gesammelt, so wie es aussieht. Hier gibt es hier. 6. Naja. Könnte man halt machen, aber... Da hab ich Lust zu. Ich hab auch noch die Sensor-Lager fangen, das weiß ich noch. Ich hab auch noch ein bisschen Wurfels. Hm... Noch eine Riesenperle, mehr Money. Guck mal, was hier oben jetzt gerade rumlungert. Ach, hier ist wieder Sensor-Lager, okay. Da war ein Dikker, ich hab's gesehen. Da. Anyway... Nein. Kein Wunsch. Nein. Einschmeißen, danke. Das ist ein Wasser. Komm ich hier noch irgendwo anders auf dem Land? Ja, oder? Das ist doch da hinten irgendwo da. Das ist doch da hinten irgendwo da. Ah, nein. Verdammt. Oh, egal. Wir haben alle Level 60, das lassen wir mal, was? iga 30, das ist gut. Ah, ja. Der Schuss in dein Gesicht. Und tschüss. Das ist ja der Boden, Bogmann. So Und sind hier noch vier versteckt Da ist noch eins Drei Oh, ich warte mal, das ist ein Teil of Interest da vorne anscheinend Ich habe ihn gerade vollkommen übersehen Noch ein bisschen mehr Du kannst ja meistens berichterstatten Okay Erstmal möchte ich jetzt noch ein bisschen Da Dick da finden So, noch zwei Na Das ist da oben Bei Simsalak Keines war, kann ich mir nicht vorstellen Eins fehlt mir ja auch sowieso noch So, Tuxa unterwegs So, tuxa Um, ha, ha Komm schon, es fehlt auch nur noch ein Misty. Ah, da vorne ist es. Hab's gesehen. Kloppt aber... Sehr gut. Damit haben wir auch hier alle Dicta gefunden. So, Garadus. Jetzt müssen wir mal wieder zurück zur Höhle fahren und dann würde ich hier wahrscheinlich dann erstmal den Cut für Pokémon machen. Ja, ich glaube das ist gut. Von daher für die Leute auf YouTube, bis demnächst, wenn es wieder heißt Pokémon Schwert und Schild, die Insel der Rüstung. Gerade erstmal rein. Ciao, ciao.